Dieses Zimmer ist traurig. Es gehört einer traurigen Person. Und hier sehen Sie die Indizien. Wir wissen nicht, wem dieser Nikolausdachs gehört. Vielleicht gehört es ja ihr. Oder vielleicht gehört es ja ihr. Und es gehört ihr. Es gehört ihr. Dein Nikolaus kam nicht, deswegen will sie sich das Leben nehmen. Sie ist so traurig über den Verlust des Geschenkes, das sie nicht bekam. Wegen des Nikolauses. Oh mein Gott, eine Selbstmörderin, eine Selbstmörderin. Ich darf nur eine Fliegerbrille mit mir nehmen. Töte dich. Tun allen einen Gefallen. Natürlich. Sie töte dich. La 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 la. Bip, 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 bip. Oh, Baby, du hast keinen Grund, dich zu töten. Oh, einen knackigen Hintern. Es ist traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. Sie wird sich töten. Nimm dir das Leben, du Scheusserl. Jetzt ist sie gelandet. Wir wollen sehen, wie es ihr geht. Sie hat sich schon wieder zu früh weggerollt. Micky. Die Schmerzen sind unerträglich. Sie sind so groß, dass sie das Gras ausrupfen muss. Goodbye.